Kennen Sie das? Sie versuchen ein Problem zu lösen und Sie finden die Lösung nicht. Sie sind hartnäckig am Ball, aber es funktioniert nicht. Und dann zeigt Ihnen einer die Lösung. Und nachdem Sie die Lösung einmal gesehen und verstanden haben, ist es auf einmal so einfach. Und Sie können gar nicht mehr verstehen, dass Sie das Problem vorher nicht gelöst haben. Ich habe viele, viele Jahre, 20, 25 Jahre gesucht und Erfahrungen gesammelt, die Puzzleteile zusammengefügt. Und dieses Wissen vermittle ich Ihnen in einer Woche, in sieben Tagen das gesamte Puzzlebild. Kein Teil, das fehlt, kein Glied der Kette fehlt, sodass Sie eine Abfolge von logischen und einfachen Schritten haben von der Problemstellung zum Ziel.